Wie so oft geht jetzt schon mal wieder eine falsche oder gefälschte E-Mail rum von einem angeblichen Rechtsanwalt DirectPay24AG. Die gab es letztes Jahr schon, nur nimmt sie jetzt gerade wieder einen großen Anlauf, wo darauf hingewiesen wird, dass man eine Rechnung zu bezahlen hat. Ich möchte hier nur sagen, in diesem Anhang, hier dieser Ausgleich für gedeckte Lastschriften und so weiter, da befindet sich ein Trojaner, der wird, wenn man McAfee drauf hat, dann wird dieser Trojaner Artemis mit irgendeiner Nummer, der wird automatisch angezeigt. Man sollte aber diese E-Mail gleich gar nicht öffnen. Man erkennt diesen Fehler daran, dass eigentlich unterm Absinder die Tiskalico UK drauf ist. Also es hat überhaupt nichts mit der DirectPay AG zu tun. Diese E-Mail einfach löschen und weggebt sie. Und wenn man das doch runtergeladen hat, auf jeden Fall die ZIP-Datei nicht öffnen. Also runterladen ist vielleicht noch gar nicht das Problem, aber wenn man es aufmacht, dann, sobald man die ZIP öffnet, ist der Trojaner auf dem Rest.